dann geht das wieder vollkommen in ordnung kommt lauf doch einfach schön und immer weiter laufen kein grund aufzuhören und das gut wieder zu hause zu sein genau gehe ich gleich mal unter die query und karte gucke wie es der geht ich glaube ja ich habe noch die query auf die liste oder ich weiß es noch nie denn das ist auch wieder so ein großes projekt was ich eigentlich so gut wie gar nicht rentiert bei meiner spieldauer so und hat sich die gesettet ja sie hat sich gesettet super also das würde ich sagen was für die turtle in diesem moment dann werde ich das nächste mal das zwischen zwei aufnahmen so machen dass ich das ganze ein bisschen weiter laufen lassen so lauf 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 erst mal noch die september pflanzen die brauche ich dringend und damit ich die nicht übersehe überlege ich mir feierlich hiermit baue ich die einfach ich hoffe das reicht hier an schön gleicher abstand läuft so haben wir knochen im rucksack hier so dann werde ich mal ein bisschen knochenmehl daraus machen ich muss nicht oft essen sehe ich gerade perfekt 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 so dass sie erstmal ein bisschen wachsen so als nächstes wird diese spitzhacke etwas aufgemotzt und zwar jetzt habe ich auch das letzte red force level erreicht und es wird natürlich schneller gemacht denn sonst ich hätte die gerne auf meinem level 10 so läuft wo habe ich jetzt mein da ich mein körper aber ich brauche bronx ich habe natürlich woanders in dieser piste ist dann kommt weg es kommt noch weg egal erstmal bronze 2 benutze ich jetzt erstmal das habe ich auch noch eine schnelle so jetzt baue ich aber was hoffe ich in dieser folge noch tool genau auch tool racket ein iron ingot und das war's gut wo ist denn mein armer genau amos denn kommt noch hierhin schön dann kann ich da das zeug drauf machen es fehlt noch das ist mein backpack drinnen auch noch jede menge zeug was ich noch nie gebraucht habe gut das kommt alles hier rein weil ich ja noch die tun kiste noch nicht fertig die die tun kiste habe ich noch nicht fertig gemacht genau so feier schad 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 das brauche ich auch nicht aber ich brauche iron ingots und zwar zwei genau so haben wir z irgendwas wieder über fünf gut dann sechs zweimal bitte habe ich zwölf schade passt nicht genau aber immerhin habe ich hier ein auch gut so komm mal ich noch mal was klang so jetzt habe ich das ganze noch mal und zwar nochmal kann ich die jetzt beide wieder übereinander bauen nein also weg damit nachher kann ich nicht mehr gebrauchen so setze ich direkt hier dran kommt meine achst hin kommt das schwert hin das kann da noch hin mal gucken ein bogen pfeile kann ich ja nicht mehr weg tun schade ein bogen kann da hin so und äh genau der hammer ha oh passt der auch noch da dran geil so ah schöne sache die ich jetzt hier haben sehr schöne sachen naja so amostand zweiten mhm chestplate so das sagt nichts es bedeutet es ist fast fertig dummerweise fast fertig ähm ja ja ich würde gerne wenn sie es mir erlauben eine etage aus diesem zeug machen und natürlich haben wir irgendwo sand sand wäre auch nicht schlecht ja drei sand sandstone ne sandstone wollte ich nicht unbedingt haben so weg mit dem zeug Mist geht nichts mehr hin gut Zeit für den truenraum aber dies werde ich aufgrund von akuter faulheit erst in der nächsten folge machen und ähm nicht mehr in dieser folge damit ich auch komplett alles im blick habe was ich irgendwie brauchen werde oder so so ja ich hätte gerne mal geguckt was ich hier noch so bauen kann dann ein fire arrowhead toolrat und flatchain das ist ein flatchain shortbow ranged weapons fire arrow quickly impritsis draw quick tool tool plus tool rod das passt da rein fletching fletching was ist ein fletching habe ich das hier zufällig ja ach federn ja ähm federn habe ich jetzt natürlich nicht auf anhieb dabei ist ja auch doof wenn man keine federn nimmt sollte mir mal hühner besorgen gut auf nach hühnersuche ich habe nichts dabei was nicht verloren gehen könnte oder ich weiß nicht wie wertvoll das ist deshalb gehe ich erstmal ins Bett und es ist sowieso zu Ende also mache ich nächste Folge erstmal den Truhenraum schreibe ich mir auf und dann mache ich was anderes und deshalb bis zum nächsten Mal haut rein